Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play Shakes and Fidget! Wir befinden uns wieder auf S4, wieder bei meinem Hauptcharakter und wieder mal haben wir einen Schlüssel gefunden, und zwar den Pyramidenschlüssel des Schattens. Oh yeah! So, und jetzt möchten wir mal gucken. Wir haben nämlich einen weiteren Edelstein bekommen, die Liebesperle. Klingt überhaupt nicht pervers, die platonische Liebesperle. Ja, das muss man dazu sagen. Und, äh, ja, naja, schließlich, ich hab's schon gesehen. Gucken wir mal, das waren Stärkestiefel. Die werden wir definitiv tauschen. Aber die kann ich nicht wegschmeißen, weil, ach, die kann man auch noch spülen. Ich hab jetzt so viel spülbare Items, das ist nicht mehr schön. Tun wir mal das da wegklatschen. Und schauen wir mal, dass wir ein bisschen Platz machen. Der magische Marquardt, was kriegst denn du hier mal, äh, tun wir's mal in die Rüstung. Weil's sowieso wurscht ist. So, wunderbar. Okay, das heißt, wir haben jetzt vier Plätze frei. Das sollte erstmal reichen. Genau. Gut. Okay, alles klar. Dann öffnen wir mal den neunten Dungeon in der Schattenwelt. Tadaa. Die Pyramide des Wahnsinns. Und ich möchte prophezeien, wir werden wahrscheinlich jeden Gegner schaffen. Ähm, und wahrscheinlich nur bei, vielleicht bei den ersten Gegnern bis zur kundigen Kundigunde kommen. Aber ich vermute, beim letzten Gegner wird's ein bisschen härter, weil da treten wir gegen mich selber an. Schauen wir mal. Die Pyramide des Wahnsinns. Etage 1 von 10. Der Höllencyklop. Ja, am Anfang natürlich wieder der Birdie, weil wir hier natürlich wieder einen Stärkegegner haben. Der hat uns wenig entgegenzusetzen, aber Monster Level 3, 3, 2. Das heißt, so langsam wie auch im letzten Dungeon sind die Items richtig nice. Und das find ich nice. So. Alle First-Ride. Das ist halt was Schönes. Wir haben jetzt, äh, tschak, 81 Dungeon-Etagen gelegt. First-Ride. Das ist natürlich was Feines. Ähm, viel zu sparen vor allem. Okay, dann haben wir jetzt nichts. Die Pyramide des Wahnsinns. Etage 2 von 10. Der Sandstorm. Und ich hab ein Level-Up. Wow. Mit zwei Gegnern. Echt jetzt? Fetter Scheiß. Und der magische Markwart kommt. Ach ja, das ist ein Intelligent-Gegner. Jupp. Da stirbt er. Wow. Fett. Jetzt schon Level-Up. Noch mit zwei Gegnern. Das ist richtig geil. Richtig geil. Keil ist das. Jetzt kommt das Ehrlich in der Hölle. Die kundige Kundigunde kommt mal dran. Das ist ja mal, äh, Premiere hier. Aber ist ja auch ein Geschickt-Gegner. Der 10 Trillionen Mal miteinander ausweicht. Obwohl, das tut er gar nicht. Macht einfach nur Damage as hell. Und hält sauviel aus. Ja, der Birdie hat wieder die Hälfte so gemacht. Und der Markwart krittet wahrscheinlich nicht. Doch, er krittet, aber er überlebt ganz knapp nur. Das heißt, die Kundigunde darf noch einen finalen Hit machen. Jo, dann haben wir die nächste Etage, der Big Food. Und den schafft jetzt der Bertram wieder alleine. In dem letzten haben wir drei gebraucht und den schafft der Bertram wieder alleine. Da merkt man halt einfach, dass, ähm, die Klasse so verdammt viel ausmacht. Big Food, komisch, man sieht gar keine Füße, ne? Vielleicht belügt, vielleicht lügt er ja. Vielleicht hat er keine großen Füße, der Big Food. Jo. So, nochmal ein Messer ins Gesicht und fertig. So, und jetzt muss ich kurz gucken. Ähm, denn wir haben neuen Stuff. Ähm, 2164 mit einem Sockel. Schauen wir erstmal hierher. Eine, wuh, 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 wuh. Ja, die sind jetzt nicht so prickelnd. Ähm, oh, ja, das ist mein bestes Item derzeit, deswegen, ähm, ich die das besser und das ist auch besser. Okay, dann hauen wir weg, weg, weg. Habe ich jetzt irgendwas mit Sockel verkauft? Fuck, jetzt habe ich gar nicht auf die Sockel geachtet. Ah, das ist so ungewohnt. Ähm, Intelligenzring. Ja, nice, nice. Haben wir nur wieder was besseres. Und tschüss. So, ähm. Sehr schön, fast wie ein halbes Level-Up. Geil. Jo, dann geht's hier weiter. Gegen das Gespenst, du, das hört sich so gefährlich an. Ist auch nur ein Int-Gegner, deswegen sehen wir hier nur noch den magischen Markwart und nicht mehr die kundige Kundigunde. Boah, diese Zungenbrecher nahmen, das ist echt. Wer hat sich das einfallen lassen? So, boah, halber Damage hier, äh, halben, halbe Leben weggedrückt, krass. So, und dann kommt Donka Piske. Ein Stärkegegner, ah ja, genau, der geht wieder Solo. Also, irgendwie das Gefühl... Oh, ich bin ins Headseck gekommen. Die Stärkegegner werden hier am wenigsten Probleme bereiten. Ähm. Alleine wegen dem barbarischen Bertram habe ich das... Ist nur so ein Gefühl, aber irgendwie ist der Bertram schon ziemlich Stranger-Charge. Ich meine, der hat 17.000 Basisstärke. Das macht halt schon viel gegen die aus, weil seine Basisstärke einfach gepusht ist, weil er ja kein Schild hat. So, Kundschaft der Gürtel, dann gut noch dazu und Tribble. Dann kommt der schreckliche Dämon. Ah ja, Geschick. Und schon merken wir wieder, Geschick, der Markwart. Ach ja, also wir werden uns die Kämpfe so lange ansehen, bis, äh, solange alles noch First-Try ist, werde ich auf keinen einzigen Kampf mehr überspringen. Ich denke mal, die Videos sind sowieso kurz genug für meine Verhältnisse. Check. Und rein mit dir. Sehr schön. Nochmal ein Ring, Halsband. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein Ring gewesen. So, dann kommt das rosa Monsterhäschen in der Pyramide des Wahnsinns. Ja, passt ja unglaublich gut. Und Geschick-Gegner, hätte das gedacht. Oh ja, sehr schön. Wenn der Bertram krittet, dann ist das natürlich gut. Seht ihr euch das mal an? Er kann sogar voll mithalten, wenn der Gegner nicht so oft ausweicht. Schwupp. Ja, Kritzeln dann natürlich eher blöd. Ja, der magische Markwart frisst aber schon gescheit, oder? Also, boah. Aber wenn er mal kritzelt, trifft er ein Teil da schön aus. So, dann hauen wir den restlichen Müll da rein. Ah ne, das ist hier oben. Sieh mal einer an. Das ist geschickt. Dann hauen wir mal hier die anderen mit Items voll. Geschickt. Da haben wir... Ja. Sieh mal einer an. Sieben Punkte besser. Wow, was für eine Verwässerung. 79, 86. Und die haben keine Sockel. Der hat Sockel. Also, oh Moment, was hat denn der Ding an? 540 ist jetzt nicht so toll, aber seinen hohen Stärkewert macht ihn so stark. Deswegen behalte ich den erstmal. Wenn hier irgendwo ein Sockel drin gewesen wäre, hätte ich gesagt, äh, don't give a fuck. Weg mit dem Dreck. Aber... Genau, das war der alte. Fast. So, okay. Kurz zum Level Up wieder. Sehr schön. So, und dann schauen wir mal für die letzten zwei Etagen noch rein. Die Banshee. Gibt mir ein Level Up. Sehr schön. Oh, der hat noch am Schluss richtig gezogen. Sonst hätten wir wahrscheinlich die Kundigunde auch noch gebraucht. Obwohl auch nicht. Das hätten wir auch so geschafft. Ein schöner Geschickring noch bekommen. Den rüste ich jetzt nochmal aus. Yes. Level Up. Ähm... Äh. Wir könnten auch mal bessere Ringe vertragen. Fällt mir gerade so auf. Das wäre ein Stärkering, wäre sehr nett gewesen. Und der Geschickring hat auch einen Sockel. Das finde ich wunderbar. Und weg mit dir. Und dann hauen wir hier den... Was? Nicht den Moonport... Ah, Moment, Moment, Moment. Moment, ich bin verwirrt. Hier machen wir mal die drei Level Ups zu skillen. Sehr schön. So. Ja, ich, äh, hab hier schön, äh, Level. Richtig nice. Ähm... Ja. Hm. Das ist jetzt ein ziemlich lustiger Gegner. An der Spitze der Pyramide steht ein Spiegel. Doch plötzlich tritt dein Spiegelbild heraus und greift dich an. Bist du jetzt völlig durchgedreht oder kannst du dich selber noch besiegen? He. Bis zu mir. Ich hab's gesagt. Das ist, äh, natürlich der stärkste Gegner überhaupt. Äh, ich denke mal, Blacklink ist stärker als der nächste Gegner. Ich vermute's einfach mal, weil der hat meinen Basisstärkewert. Und hat einfach mal das vierfache Ausdauer. Ihr seht schon, der bavarische Bär-Tram hat keine Chance. Ich bin halt einfach zu, too strong. Okay. Kunde-Gunde. Was kann sie ausrichten? Wenig. Weil ich einfach so viel Schaden mach, weil ich so gut bin. Aber ich dürfte ihn trotzdem first try schaffen. Oder auch nicht. Ja, das ist jetzt spannend. Ich gegen ich. Ich hab... Wir haben jetzt gleich viel Leben. Also meine Begleiter haben's, äh, ziemlich ausgeglichen. Ich hab allerdings, glaub ich, noch Verzauberungen, die mich ein bisschen stärker machen. Oder auch nicht. Oh, der... Mein Spiegelbild haut mich um. Habt ihr das gesehen? Mein Spiegelbild haut mich einfach um. Ähm... Ja, das war die Niederlage. Ich hab ehrlich gesagt damit gerechnet, weil ich es von einem Kollegen weiß. Der hatte auch Riesenprobleme damit. Ähm, der Gegner ist übrigens immer 350. Also, wenn du einen niedriger Charakter hast wie 350, ist er trotzdem 350. Und wenn du einen höheren hast, ist er halt geringer. Ähm, jetzt machen wir ganz einfach das hier. Und versuchen das Ganze nochmal. Ich komm dran. Das ist schlecht. Dann werden wir es nämlich nicht schaffen. Weil ich keinen Schaden mach. Okay, also der Trick funktioniert schon mal nicht. Ähm, ich könnte jetzt dem natürlich sehr schwach machen, indem ich meine besten Epics ausziehe. 81, 81. Kann er dann noch blocken? Er hat ein anderes Schild gehabt. Versuchen wir es einfach mal. Und ich brauch einen Platz im Inventar frei. Versuchen wir es einfach mal so. So. Ah ja. Ja genau, und jetzt kommt nur die Kundigunde dran. Jetzt hätte ich gar nicht überspringen sollen. Ähm, ist aber kein Problem. Genau, das macht ihn um einiges schwächer. Ist vielleicht auch ein Tipp für euch. Wenn ihr mehr Platz im Inventar habt, alles ausziehen bis auf die Waffe ist wahrscheinlich dann am geschicktesten. Weil sein Damage ist trotzdem noch true. Machen wir, speichern wir einfach mal den Kampf ab. Und gucken uns den Kampf noch von vorne an. Gegen die Staubledermaus. Stimmt zwar nicht ganz, aber okay. Er hat deutlich weniger Stärke. Er hat nicht mehr 19.000 wie vorher, sondern nur 17.000. Und was ich krass finde, ähm, dieser Black Link ist, äh, etwas mehr gepusht. Als der normale Nicht-Spiegel-Black Link, denn er hat 19.000 Stärke. Das ist so viel wie ich hab' oder sogar noch mehr. Ich glaube, ich hab' nur 18.000 oder so gehabt. Äh, und das heißt, auf den zählen die totalen Werte mit den Tränken. Das war beim normalen Spiegelbild nicht so. Das normale Spiegelbild hat deine Werte ohne Tränke gehabt. Und, äh, das heißt, das ist schon eine stark gepushte Variante. Genau, und jetzt sehen wir nochmal den ganzen Kampf. Wunderbar. So sieht's aus. Dürfte aber... Moment, wie viele Erfahrungspunkte hat der gegeben? Ich glaube... Naja, noch ganz ziemlich viele. Passt. Ähm, ja. Äh, Schuhe. Das sind jetzt natürlich 100 Attributspunkte mehr. Wow, ist das eine schwere Entscheidung. Also eine sehr schwere Entscheidung. Ich denke, ich bleib' bei den Schuhen, die ich anhabe. Aber die Entscheidung ist wirklich hart. Die Entscheidung ist wirklich hart. Oh Gott. Ich kann mit den Schuhen nichts anfangen. Das ist was, was ich an dem neuen Update... Äh, was heißt denn im neuen Update? Das ist was, was ich an dem Update sehr schade finde. Das Sockel-Update mit der Mine und so weiter. Äh, dass, äh, Epics teilweise absolut wertlos sind. Wie diese Schuhe. Die Schuhe sind so gut. Die Schuhe sind das zweitbeste Item, theoretisch. Und ich kann sie nicht anziehen. Okay, sie haben eine scheiß Rüstungswert, aber darum geht's nicht. Wie viel Rüstungswert hab ich denn? Ähm, okay, das hätte sowieso... Ähm, diese Schuhe kann ich deswegen nicht anziehen, weil sie kein Sockel haben. Und deswegen sind diese Schuhe absolut wertlos. Absolut, total, für'n Arsch, wertlos. Und das regt mich an dem Update so richtig aus, weil du einfach Triple-Epics hast, die scheiße sind. Die kannst du nehmen, kannst du sofort wegschmeißen. Brandaktuelle Triple-Epics sind für'n Arsch, weil sie keinen Sockel haben. Das ist das einzige Manko, was ich derzeit am Spiel hab. Weil das Spiel ist nicht drauf ausgelegt, dass du frische, taufrische Epics bekommst, die auch noch Triple sind. Dann kannst du es wegschmeißen, weil sie einfach keinen Sockel haben. Das ist so eine malige Kacke. Äh, da könnte ich mich sehr drüber aufregen. Ist bisher noch nicht passiert. Bisher hatte ich nur die Entscheidung, ah, tue ich ein gutes weg, weil es kein Sockel hat. Also ein altes weg, weil es keinen Sockel hat. Vor dem Update. Aber jetzt hab ich halt das erste Epic bekommen, was einfach scheiße ist, weil es keinen Sockel hat. Äh. Schöne Level gibt's, das freut mich, aber... Ja, ich hab übrigens 19.000 Stärke. Ich hab deswegen die falschen Erinnerung gehabt. Wahrscheinlich wegen den Sockeln. Und genau deswegen bin ich über die 18.000 hinaus. Ja, ärgerlich. Sehr ärgerlich, muss ich sagen. Er nervt mich zu Tode. Ähm, das mit den Sockeln. Und naja, was soll's. Äh, genau. Wir haben den, äh, bis dato schwersten Gegner das Spiegelbild gelegt. Wird wahrscheinlich auch schwerer sein wie jeder Gegner hier in der Schwarzschädelfestung. Geh ich mal davon aus, weil es, wie gesagt, meine Werte hat. Und ihr habt gesehen, das hat gleich ziemlich gesprungen von den Werten. Ich hab jetzt den letzten Kampf nicht drin, aber die Werte dürften so bei 8.000 gelegen haben. 8.000 Basiswerte ungefähr. Ich weiß es nicht, hab leider nicht aufgepasst. Also der neunte Gegner, der Intelligenzgegner. Ähm, das, 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 das war, don't capis. Nein, das war die Banshee, die Banshee. Bzw. die 7.000, 8.000 Intelligenz gehabt haben. Und der hat halt dann 19.000 Stärke. Deswegen denke ich... Hm, vielleicht bald wieder ein Schlüssel. Deswegen denke ich, dass, äh, hier keiner kommt, der so schwer sein wird. Hm, vielleicht werd ich nicht mal drankommen hier wieder. Aber das gucken wir dann. Genau. Gut, dann haben wir wieder die nächsten Dungeon fertig. Nicht mehr alle First Try. Schade. Aber egal. Ähm, wir sehen uns dann in der Schwarzschädelfestungsschattenwelt Dungeons. Ja, so evil und böse. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und ciao, ciao. Euer Blacky.